Gehst du? Gehst du? Kusch, 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 kusch. Da kannst du echt bedienen. Das passt schon so. Nein, nein, nein! Das hat so wieder Löcher da rein. Vielleicht macht's doch einfach nicht viel. Störung, hab ich schon. Regenbogen? Regenbogen? Ach, schade. Was? Moment, was? Was ist das schon wieder für ein Unsinn? Was macht 106 Schaden, Alter? Wächst mich am Arsch. Nein, das ist der Mist wieder. Was ist das denn? Wo kommen wir jetzt her? Äh, jetzt ist das Erdbeben angesagt. Das ist nicht das Non-Blood-Ultra, aber... Das müsste machen. Besser als diese Kack-Bananen, oder was? Was ist das schon wieder für einen fetten Bananen, du wieder? Hier im Osten muss ich schon wieder mit einem Bananen... Moment, ich bin im Westen. Wieso habe ich nur eine Banane? Sollte Unsinn. Das ist ein Bug. Gleich mal melden. Ich stand im Westen, hatte trotzdem nur eine Banane. Das war totaler Unsinn. Während die im Osten viele hatten. Das ist doch eindeutig ein Bug. Blitz, Lupia, Blitz. Das ist ja eh, weil jetzt... ...messern war so Instant-Kill. Oh... Also wenn mal auf den Argo rankämen, könnte ich ihn messern. Das wäre toll. Ich glaube, messern war so Instant-Kill. du mich ausspielen oh wow was habe ich denn noch so das war ein Maul-Aus-Hügel wieder ich habe es schon wieder vergessen habe ich das heute schon getestet? das war ja richtig geil sollten wir definitiv nicht öfters benutzen und tschüss Freund er lebt noch muss man packen können wir da noch reinstehen? Störung damit kenne ich mich wenigstens aus super na einer weniger schon mal anfangen so lange ist das sind noch 3 und ich glaube ich habe jetzt auch ein wenig tödlicher Fall aus dem Maul Panzer haben jetzt kein Maul aber das ist nicht so wichtig nein ach das gibt es doch nicht das ist doch Schiebung hier aimbot wie ich genau ich habe noch einen Sipper Frage ist es, bekomme ich mal einen Schuss da vorbei? so schon mal nicht weniger bumm und dann das war definitiv zu wenig bumm scheiße das war mein Sipper das war mein Sipper also irgendwas das wirklich gut ist das ist schon mal gut das ist schon mal gut das Problem ist da bleiben noch 2 und die haben deutlich zu viele Lebenspunkte ich brenne schon wieder geheim ich will keine Fische bei 4 Stäbchen und Kartoffeln kann ich nochmal wieder machen aber das ist nicht der Potion so ich habe nur wieder vom Feinsten bekommen ich sehe schon 2 von den 3 Dinger sind einfach im Boden verschwunden egal ist das denn bitteschön was ist aber denn noch für ein Angebot? Magnete erst mal überleben vielleicht noch mehr Bums ich bin Magnet Man ich soll mal wieder Mega Man spielen es reicht nicht mal um ihn zu töten nein, 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 nein Frage ist es, spiele ich Mega Man 8 oder spiele ich Mega Man X1 Flamme Flamme ich habe einen Flammen in Sache oder töte die nicht ach, leck mich doch ich schieße mal in das schwarze Loch jetzt diese soll ich mal in das schwarze Loch so ich habe aber auch noch Strom ah, Fick mir kommt halt nicht mal was selbst wenn ich jetzt diese drei Typen getötet habe bekomme ich halt trotzdem nichts ich habe das Messer nein, ich habe kein Messer das ist schon wieder eine größere Schlange als ich habe toll diese muss ich loswerden oh wow oh geil sie schmeißen schon wieder Monde nach mir ich will mal das heute möglich ist noch drüber ist halt die Uhr na das war doch schon mal eine Ansage die Uhr sagt ich sollte auch zu der Saison fünfmal eine Runde spielen mit Spezialmod wo die Runden noch länger dauern was mit dem Fino so schnell ging damals Fino ist immer so schnell fertig nein, 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 nein gut, dass das Ding überhaupt nicht aufgetrifft das ist doch noch einer das ist echt zauberlang ja wir haben übrigens auch Atomsprengköpfe guck mal Regenbogen irgendwie über den Krater ah, Fack und machen wir morgen nochmal Spaghetti mit Pilzen das ist schon geil treffen wir das Ding lass ich teleportieren so minimal weniger machen weil ich bin wieder tiefer, oder? da muss ich vielleicht nicht weniger machen ach, hier habt ihr ein V für Fickt euch das V steht für Fickt euch was ist das denn du hier? was los kann man das nicht irgendwie beschleunigen? das wäre schön da ist meine Deckung wieder weg das habe ich noch so gewachsen mehr Krater Regenbogen Brunnen Krater war das jetzt Erdbeben? gut, genau ich stelle halt endlich die Schnauze so wie ich das mag ich habe schon wieder eine größere Luft angegriffen das gibt es nicht dieser Angeber nein, 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 nein jetzt ruiniert er wieder meine Schussposition das Arschloch glaubst du es? muss ich alles wieder komplett neu einstellen die sterben wir doch nicht wie Lebenswerte haben denn die? 250 ich glaube es hackt wir haben nur 400 das heißt die haben mehr Cheater hier die haben 1000 die haben nur 800 das war ein Cheater-Scheiß hier noch wieder ich habe eine von danke 9 nein ok, mir kann nichts passieren oh, oh, oh ja, das gefällt mir kann da einer noch sterben? nein schade das Spiel verarscht mich doch schon wieder hab ich irgendwas? nie ach, so geht's auch ok auch nicht mein Verbündeten auch nicht mich oh, das ist kein Gott drückt mich gut, mein Verbündeten liegt noch weiter ich muss wieder nichts ein bisschen weniger und dann benutzen wir noch mal den Zipper weil er so schön war reicht das? reicht das? gut wir sind nur noch den Zipper da oben getötet dann hast du noch getötet ich jetzt nicht selbst, ne? schieß auf mich bitte ich habe ein schwarzes Loch ok ähm bleiben wir bei Bach und geben mal ordentlich Feuerbau das war noch nicht genug oh, nicht eingetrifft das ist zerbricht das wieder in zwei Teile? ok ähm ich habe einen Pfeil ich verschieße immer Pfeile mit meinem Panzer fast oh, doppelte Schaden na, fuck oh Gott oh Gott wer trifft einer und macht doppelte Schaden soll doch nicht wer trifft auch einfach keiner er lebt noch mit einem HP oh, neue Mission gucken wir mal was haben wir denn das schöne Schmerzen ähm Sniper wie werde ich da die zweite Stufe aus? gar nicht, ok ähm super, machen wir eine Ecke runter ich bin die Sniper ich bin die Sniper sagt mir auch keiner ach, f*** ich auch oh, da wo? ich glaube keiner, ok f*** das ist ein faires Duell eins gegen eins das finde ich sehr unfair ja, wir haben auch noch ähnlich viele Ebenen ach, ist das kein Fehler gewesen? 100 Schaden oh, verdammt der kann nur noch rum verdammt der schafft es natürlich alter mach mal jetzt viel Schaden, Junge so, was benutze ich jetzt? Pfeil? mach dir doch bitte viel Schaden ok, gewohnt oder easy uff ich kann wieder irgendeine Waffen freigestalten sehr gut ähm mehr Waffen großer Schuss hey geil Flächenangriff ah, das ist wie ja, ok oh Gott noch mal ah Double Rainbow ja, ich sehe auch schon den Rainbow oh Gott ich hasse das ich hasse das ich hasse es das ganze Spiel das gesamte Spiel ich weiß schon, warum ne, gibt's das umsonst oder hat der Video mehr das geschehen? ich weiß nicht mehr ich weiß auf jeden Fall, warum ich warum ich wollte, dass ich das spiele weil er mich hasst dieser abgrundtiefe Hass bloß, weil ich attraktiver bin als er ich hab ja auch nichts dafür dass du hässlich bist so ein Höhlentroll kann ich fahren? ich könnte fahren ah nein, Moment das wäre vielleicht sogar... ah, fuck das wird auf jeden Fall nix das ist mehr raten als irgendwas anderes machen das ist mehr raten als irgendwas anderes machen fuck, so weit wollte ich jetzt nicht fahren Scheiße ich bin so weit gefahren aber ich glaube fahren bringt mir ja nicht viel mhm, 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 mhm ah joh joh oh Ah, das ist das Schönste an dem Spielen